Was geht ab? Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die geplante Änderung eines Gesetzes, was circa vor einer Woche beschlossen worden ist. Dabei geht es um ein Thema, was vielleicht dazu führen könnte, dass dieses Video nicht mehr gepusht wird, weil da schlimme Worte drin fallen. Ich umschreibe das Thema ganz kurz. Ich werde dieses Thema Kindervideos nennen. Ihr wisst, was für Videos gemeint sind. Also immer wenn ich in diesem Video Kindervideos sage, dann meine ich explizite Inhalte, also Videos mit expliziten Inhalten, wo auch Kinder involviert sind. Und es gibt darüber einen Straftatbestand. Das ist der Paragraf 184b StGB. Verbreitung, Erwerb und Besitz von Kindervideos. Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer Kindervideos verbreitet oder öffentlich zugänglich macht etc. pp. Das heißt, das Strafmaß war ein Jahr bis zehn Jahre. Und für die, die es nicht wissen, alle Strafen, die mindestens bei einem Jahr anfangen, zählen zu der Kategorie Verbrechen in Deutschland. Im Strafgesetzbuch gibt es Verbrechen und Vergehen. Unter Verbrechen fällt zum Beispiel Mord, Landesverrat, schwerer Raub, solche Geschichten. Und dieser Paragraf 184b zählt auch zu den Verbrechen, weil man mindestens ein Jahr in den Knast geht, wenn man Kindervideos eben verbreitet. Aber das war nicht immer so. Vor dem 1.7.2021 war das Strafmaß noch anders. Damals hat man drei Monate bis zu fünf Jahren bekommen. Das heißt, Minimum drei Monate und maximal fünf Jahre. Und dadurch, dass das Mindestmaß unter einem Jahr war, zählte das nicht zu den Verbrechen. Weil man aber gesagt hat, das ist schon eine ziemlich schlimme Sache, hat man das Strafmaß erhöht. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ist ja eine schöne Sache. Und natürlich ist es eine gute Sache. Das Problem ist, der Kinderschutz und auch im Strafgesetzbuch, die Strafen und die Strafmaßen für Straftaten, wo Kinder mit involviert sind, sind zu lasch. Sind nach wie vor zu lasch. Um manchmal einen Vergleichswert an die Hand zu geben. Unter die Verbrechen, also wo man mindestens ein Jahr für kassiert, zählt zum Beispiel auch die Geldfälschung. Das heißt, wenn du jetzt einen Euroschein fälschst, dann ist das ein Verbrechen, du kriegst mindestens ein Jahr dafür. Aber es geht noch weiter. Selbst der Meineid. Das heißt, wenn du vor Gericht bist, schwörst und lügst, dann kassierst du auch mindestens ein Jahr. § 154 Meineid. Wer vor Gericht oder von einer anderen zur Abnahme von einem zuständigen Stelle falsch schwört, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. In minderschweren Fällen, das ist der Absatz 2, kann es auch von 3 Monaten bis zu 5 Jahren gehen. Aber der normale Meineid, wo es kein minderschwerer Fall ist, also der Standardfall, ist mindestens ein Jahr und damit ein Verbrechen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, vor dem 1.7.2021 war der Besitz und das Verbreiten von Kindervideos nicht so schlimm, laut dem deutschen Strafgesetzbuch, wie vor Gericht zu schwören. Heißt, jemand sitzt zu Hause, hat Videos, wo Kinder involviert sind, in expliziten Handlungen, jackst sich einen drauf, schickt das noch weiter, dann war das nicht so schlimm, wie wenn jemand vor Gericht schwört. Und das wurde halt geändert zum 1.7.2021. Das Problem ist, dass die das jetzt wieder zurück ändern. Also, es ist eigentlich gar nicht witzig, es ist echt schade. Weil jetzt im Mai 2024, wurde sich darauf geeinigt, dass man das von mindestens einem Jahr runtersetzt auf mindestens 3 Monate. Die Höchstgrenze von 10 Jahren soll bleiben. Das heißt, alles ist wie vorher, nur dass es nicht von 3 Monaten bis 5 Jahre geht, sondern von 3 Monaten bis 10 Jahre. Okay, jetzt wird aber begründet. Und die Begründung ist gar nicht mal so verkehrt. Jetzt wird begründet, das hat nichts damit zu tun, dass man das entschärfen möchte, sondern Menschen, die eigentlich gar nicht die Intention hatten, die eigentlich gar nichts Schlimmes machen wollten, fallen auch unter diese Kategorie und diese Fälle kann man nicht einstellen. Welche Fälle könnte man meinen? Da gab es zum Beispiel wohl einen Lehrer, der hat das mitbekommen, dass es sowas gab, hat sich das Video dann beschafft und dann den Eltern und auch, ich glaube, den Behörden dann geschickt, damit das halt untersucht werden kann. Und in dem Moment, wo er sich das aber beschafft hat und weitergeleitet hat, hat er sich schon strafbar gemacht. Die Mindeststrafen für Verbreitung, Erwerb und Besitz von Kindervideos sollen angepasst werden. Das hat der Bundestag beschlossen. Hintergrund des Vorhabens ist eine Gesetzesänderung, die am 01.07.2021 erfolgte. Damals wurde der besagte Tatbestand neu gefasst und zum Verbrechen heraufgestuft. Diese Änderung soll nun rückgängig gemacht werden. Denn es hat sich herausgestellt, dass es wichtig ist, dass die Strafverfolgungsbehörden und Gerichte im Einzelfall flexibel handeln können, um so schwere Fälle vorrangig behandeln zu können. Diese Möglichkeit soll ihnen durch den Gesetzentwurf wieder eröffnet werden. In der Praxis haben sich zahlreiche Fälle ergeben, für die die aktuelle gesetzliche Regelung keine sachgerechte Lösung bietet. So machte sich ein Lehrer beispielsweise strafbar, weil er gefundenes Material weitergeleitet hat, um auf einen Missstand aufmerksam zu machen. Weitere denkbare Fälle wären, dass jemand ungewollt Besitz von Kindervideos erlangt. Das ist bei einem unbeabsichtigten automatischen Download auf ein Handy der Fall, der aus Nachlässigkeit nicht gelöscht wurde. Auch Jugendliche könnten sich laut der Gesetzgebung strafbar machen, weil sie unbedarft oder neugierig sind oder anderen imponieren wollen. Solche Verfahren können nach der geltenden Rechtslage nicht einfach eingestellt werden. Die Behörden müssten dem nachgehen und haben dadurch keine Zeit, sich um die wichtigen Fälle zu kümmern. Daher sei es in manchen Fällen besser, das Verfahren einzustellen oder mit einem Strafbefehl zu erledigen. Diese Fälle konnte man vorher einstellen. Und das kann man heutzutage nicht mehr einstellen, weil es zu der Kategorie der Verbrechen zählt. Und Verbrechen kann man laut der Strafprozessordnung nicht einfach so einstellen. Das heißt, diese Menschen müssen dann angeklagt werden. So, jetzt hat man ein Problem. Wie löst man das Problem? Das Problem könntest du ganz easy lösen, indem du einfach die Strafprozessordnung änderst und reinschreibst, dass in den Fällen des 184b StGB eine Einstellung auch erfolgen kann, wenn es sich um ein Verbrechen handelt. Dann fügst du da einen Satz rein und damit hast du das Problem gelöst. Aber nein, es wird sich jetzt darauf geeinigt, dass man das Mindeststrafmaß senkt. Auf drei Monate. Und da muss man sich wirklich fragen, was ist nur los mit euch? Ich weiß, es gibt wirklich sehr viele Menschen, die sich einfach nur dumm beschweren. Die sagen, die Gesetze sind zu lasch, die saß pipapo. So wie ich es ja auch kritisiere. Aber damit ihr vielleicht ein anderes Bild von der ganzen Sache kriegt, möchte ich euch etwas erzählen. Und zwar wisst ihr ja, dass ich gemeinsam mit Nick Hain und den P-Hunters gemeinsam unterwegs bin. Und das schon seit einer längeren Zeit. An dieser Stelle geht gerne rüber zu Nick. Lasst ein Abo da bei ihm auf dem Kanal. Bald kommen wieder neue Videos. Und wir sind auch weiter am Machen. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen. Das, was wir machen, können wir nur machen, weil es eine gesetzliche Grundlage dafür gibt. Diese gesetzliche Grundlage, die gab es vorher nicht. Und zwar, das ist der 176 B-StGB. Denn diese Menschen, die da quasi angelockt werden, die dann kommen, weil sie denken, dass sie sich gleich mit einem Kind treffen. Wobei der Lockvogel immer volljährig ist. Diese Personen, die treffen sich ja nicht wirklich mit einem Kind. Und ein Kind war auch tatsächlich nie involviert. Dementsprechend würden sie sich ja normalerweise gar nicht strafbar machen, wenn nicht dieser neue Straftatbestand Cyber-Grooming eingeführt worden wäre. Und viele Polizisten kennen diesen Straftatbestand nicht mal. So neu ist der. Ich habe gerade sogar nachgeschaut, der ist am gleichen Tag, am 1.7.2021 in Kraft getreten. Und der besagt, dass selbst wenn es niemals ein Kind involviert war und der Täter, das ist der Absatz 3, irrig angenommen hat, es gäbe ein Kind, aber es gab nie ein Kind, aber trotzdem die Intention hatte, dort hinzugehen und mit einem Kind etwas anzufangen, dass er trotzdem bestraft wird. Das heißt quasi, der Versuch, der normalerweise gar nicht bestraft werden würde, wird jetzt doch bestraft. 176b, Vorbereitung des von Kindern. Kurzer Einschub an dieser Stelle, Vorbereitung, damit ist zum Beispiel auch gemeint, chatten, SMS austauschen, Videotelefonieren, allgemein telefonieren, alles. Mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren wird bestraft, wer auf ein Kind durch einen Inhalt, und dieser Inhalt kann eben alles sein, was ich gerade gemeint habe, einwirkt, um das Kind zu bestimmten, expliziten Handlungen zu bringen, dies an oder vor dem Täter oder an, ich brauche nicht weiterzulesen. So, wir lesen jetzt hier auch, 3 Monate bis 5 Jahre. Das hört sich erstmal für jemanden, der das liest, so an, als ob der safe, 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 safe 3 Monate reingeht, Minimum, und wahrscheinlich im Regelfall sogar höher. 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, okay? Das Problem ist, die meisten vergessen, dass wir in Deutschland auch sowas haben, was sich Bewährung nennt. Und die meisten, die dann festgenommen werden deswegen, die kommen nicht in Untersuchungshaft und dann bis zu dem Prozess sind sie zu Hause und können ganz normal weitermachen und dann nach dem Prozess könnte ihnen auch eine Bewährung blühen. Und das blüht auch den meisten. Das heißt, auch danach gehen sie nach Hause. Es gab auch Fälle, auch in dem knapp 1 Jahr, wo ich schon dabei bin, wo es Menschen gab, die Wiederholungstäter waren, die wirklich in den Bau gegangen sind. Und das ist doch gut und das schreiben wir uns auch alle gerne auf die Fahne und da müssen wir auch ganz, ganz viel Lob bei Nick dalassen. Der hat nämlich in seinem Leben schon dazu beigetragen, dass sehr viele Menschen aus dem Verkehr gezogen worden sind. Und selbst wenn jemand nach Hause geht und später nur Bewährung kassiert, hat man trotzdem dazu beigetragen, diesen Menschen zu dämpfen und dafür zu sorgen, dass wenn dieser Mensch dann das nochmal macht und erwischt wird, dass er dann zumindest sofort in den Knast geht. Das heißt, die Arbeit bringt auf jeden Fall was. Aber es ist schon ein bisschen traurig, dass das Strafmaß in Deutschland eben so bemessen ist, wie es bemessen ist. Und wir reden hier von drei Monaten bis fünf Jahre. Und jetzt haben wir eben mit dem 984, wo das Verbrechen quasi, also es ist kein Verbrechen mehr, es wird wieder runtergestuft auf Minimum drei Monate, wenn du Kindervideos hast oder sechs Monate, wenn du es auch verbreitest. Das ist lächerlich. Die Leute, die das machen, die werden danach einfach ganz normal wieder nach Hause gehen. Die sind zu Hause, ihr müsst euch das mal vorstellen. Gucken sich Videos an, haben diese Videos oder verschicken Videos von Kindern, mit denen explizite und grauenhafte, grauenvolle Dinge gemacht werden und die ergötzen sich dran und die geilen sich dran auf und diese Menschen, die dann erwischt werden dabei, die gehen einfach nach Hause. Was passiert denn dann mit diesen Menschen? Dementsprechend finde ich es wirklich falsch, dass das heruntergestuft worden ist. Ich finde, es wäre das richtige Zeichen gewesen, wenn man es so gelassen hätte. Wenn man sagt, wir stufen das zum Verbrechen hoch, weil wir die Kinder schützen wollen, dann lass es da. Und wenn es dann irgendwo in der Strafverfolgung, in prozessualen Angelegenheiten zu Problemen kommt, dann ändert man die Strafprozessordnung und wenn man das nicht einstellen kann, sorgt man dafür, dass man es dann einstellen kann und stuft das dann nicht wieder herab, weil in dem Moment, wenn man das wieder herabstuft und das nur macht, um es als Trick zu benutzen, damit man auch Fälle einstellen kann, dann hat man aber trotzdem einen Einfluss drauf, dass es Menschen geben wird, die deswegen angeklagt werden und der Richter liest und sagt, ja, okay, drei Monate Mindestmaß, wir geben dem sechs Monate, acht Monate, fünf Monate, neun Monate, unter einem Jahr Freiheitsstrafe gehst du sowieso nicht rein. Da gehst du sowieso mit Bewährung nach Hause. Das heißt, diese Menschen haben jetzt quasi eigentlich, ja, fast schon Brief und Siegel drauf, dass die quasi ohne großartige Konsequenzen davon kommen, wenn bei denen auf dem Rechner, auf dem Handy oder sonst wo Material gefunden wird, wo Kinder dabei gefilmt worden sind, wie irgendjemand sich an diesen, an diesen, es ist falsch, es ist falsch und das ist meine Meinung. Und wie seht ihr das? Was ist eure Meinung zu dieser Thematik? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr eine Person, die gerade etwas ganz Schlimmes mit einem Kind machen wollte, wenn ihr diese Person mit Ach und Krach, mit viel Vorbereitung, mit vielen Personen, mit vielen schlaflosen Nächten, mit viel Arbeit dran gekriegt habt, alles Beweismaterial sammelt, der Polizei gibt und die Polizei ranzt euch auch noch an. Die Polizei ist abgefuckt, weil sie sich denken, irgendwelche Leute haben uns jetzt Arbeit verursacht, anstatt glücklich zu sein. Und wenn diese Richter, die diese Fälle dann sehen, dann auch noch sich denken, ja, okay, komm, und diese Personen dann rauskommen und man die dann nochmal sieht, wie würdet ihr euch fühlen? Wir leben leider in einem Staat und das muss ich so sagen, die bestimmte Gruppen schützt. Und damit meine ich nicht, dass jetzt hier Pedos geschützt werden oder sonst was. Das meine ich nicht. Wobei, doch, es wird schon wirklich lasch mit denen umgegangen. Ich meine aber eher, wir haben in Deutschland ein System, wo Wirtschaftskriminalität sehr stark bestraft wird. Wir haben in Deutschland ein System, wo bestimmte Bereiche, also alles, was mit Geld zu tun hat, auch alles, was mit dem Staat zu tun hat, Steuern und sonst was und Landesverrat und auch, wenn du vor Gericht lügst oder sonst was, all diese Sachen werden extrem hart bestraft. Und alles, was mit Kindern zu tun hat, irgendwie nicht. Ich finde, das muss man ändern. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich finde, man sollte sogar bei solchen Geschichten, wo es darum geht, dass man solche Bilder, solche Videos oder sonst was, hat und verbreitet, mindestens fünf Jahre im Knast. Wenn man was mit Kindern in dieser Richtung irgendwas macht, mindestens zehn Jahre, 15 Jahre in den Knast. Und auch wenn jetzt jemand schreibt Quatsch oder sonst was, das ist meine Meinung. Ich finde, man muss da so hart vorgehen, dass man die Kinder schützt, weil offensichtlich gibt es ja ein Problem. Und eine Sache noch zum Abschluss, das habe ich sowieso nicht verstanden bei dieser ganzen Geschichte. Da heißt es ja, dass man Leute schützen möchte, die eigentlich gar nicht die Intention hatten, die das weitergeleitet haben, weil sie dessen Strafverfolgung bewirken wollten oder weil sie die Eltern darauf hinweisen wollten. Da denke ich mir, es gibt ja im deutschen Strafsystem, Rechtssystem, das werdet ihr wissen, sowohl den objektiven als auch den subjektiven Tatbestand. Der objektive Tatbestand ist quasi alles Äußerliche und das Subjektive ist das Innerliche. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn es um Körperverletzung geht, dass jemand eine andere Person geschlagen hat, gehört zum objektiven Tatbestand, dass die Person A, sagen wir mal, es ging um eine Ohrfeige, die Person B wirklich mit der flachen Hand getroffen hat, dass es zu einer Verletzung kam, dies, das, pipapo. Das ist der objektive Tatbestand. Der Subjektive ist dann auch, ob diese Person A, Person B verletzen wollte, weil stell mal vor, ich drehe mich um und gucke gar nicht und treffe dann mit meiner Hand jemanden im Gesicht und will das gar nicht und sage sofort Entschuldigung und sonst was. Dann wäre trotzdem ein Schaden entstanden, aber das wäre keine Körperverletzung, weil subjektiv das Innerliche, ob man das auch wirklich will, ob man einen Vorsatz hat, das wäre ja dann nicht erfüllt. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dieser Thematik. Bei diesem Lehrer oder bei irgendwelchen anderen Leuten, die wollen ja damit nicht diese Kindervideos verbreiten, sondern wollen ja, dass es aufhört, dass es aufgedeckt wird. Das heißt, der subjektive Tatbestand wäre ja nicht erfüllt. Der subjektive Tatbestand in Bezug auf den Vorwurf im 184b, das zu verbreiten oder weiterzuleiten, das ja, er wollte es ja weiterleiten, aber dann könnte man rein theoretisch auch ein Wort austauschen im 184, indem man das dann so formuliert, dass mit dem Verbreiten das bewusste Verbreiten für unmoralische Zwecke zum Beispiel, das mit reinnimmt. Also das muss dann anders formuliert werden natürlich. Aber das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Das heißt, es gibt so viele Möglichkeiten. Du könntest es umschreiben, dass du die Intention damit reinpackst, die ja sowieso bei jedem Straftatbestand in Form des subjektiven Tatbestands eh mitschwingt. Das könnte man in Angriff nehmen. Im StPO könnte man in Angriff nehmen und das wird jetzt hier einfach wieder runtergesetzt und ich denke, also das ist meine persönliche Meinung, ich denke, das ist nur ein Vorwand. Ich denke wirklich, das ist nur ein Vorwand und ich finde es einfach nur traurig. Ich finde es echt schade, dass die das genau so gemacht haben. Es gäbe Möglichkeiten, das anders zu handhaben. Es gäbe sogar Möglichkeiten und auch den Bedarf, das zu erhöhen und die gehen einfach runter. Drei Monate, stell dir vor, du beleidigst jemanden im Internet, kriegst 90 Tagessätze dafür und das ist durchaus möglich und durchaus realitätsnah. Dann hast du die gleiche Strafe gekriegt wie jemand, der einfach Kindervideos auf seinem PC hatte. Traurig, oder? Einfach extrem traurig und unfassbar enttäuschend. Schreibt mir bitte ganz wichtig eure Meinung in die Kommentare. Unterhaltet euch miteinander, weil das fördert ja auch den Algorithmus. Wenn ihr auf die Kommentare von anderen Leuten auch reagiert, Unterhaltungen anfängt, wenn ihr Lust dazu habt, wenn ihr unterstützen wollt, lasst ein Like da, lasst ein Kommentar da, lasst ein Abo da, ganz wichtig, macht die Glocke an, weil ihr wisst, YouTube drückt gerade so ein bisschen mit den Worten passt auf euch auf und Peace.